Jetzt wackelt er wieder rum, will doch nicht schlafen. Unter dem Kopf will er runter und die Mama lässt sich nicht stören. Vielleicht schläft er jetzt doch, ne? Ui, wieder umgefallen. Der will schon auf seinen Füßchen stehen, wieder umgefallen. Witzig. Jetzt hat er schon mal die richtige Richtung. Da ist nichts in der Mama im Mund. Da kann man nichts rauskriegen. Aber, aber, aber jetzt gleich. Hat er aufgegeben? Nein. Ui, 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 jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt bin ich da. Wie er sich schon freut, ne? Witzig. So, jetzt ist er da.